hallo freunde ich habe mir heute mal ein sandwich gemacht nicht nur einfach sandwich maker sondern gebraten und paniert und ich zeige euch mal wie einfach und schnell das geht bleibt dran viel spaß ich möchte mir heute noch schnell ein kleines abendbrot zaubern mein mann ist kartoffelsuppe und ich esse noch ein kleines sandwich habe mir hier zwei scheiben toastbrot oder weißbrot fertig gemacht da sind auf der einen seite jetzt hier ein bisschen mayo auf der anderen seite ein bisschen ketchup ein bisschen viel drauf gemacht bisschen ketchup dann kommt auf die eine seite erstmal eine scheibe käse auf die andere seite eine scheibe käse käse kann nie zu viel sein dann kommt auf die eine seite bisschen salami drauf auf die andere seite kommen koch schinken und dann werden beide seiten zusammen geklappt ist schon mal die erste miete dann habe ich mir jetzt hier ein ei verquirlt und darin wenn ich jetzt erstmal meine stelle oder mein sandwich schön von allen seiten damit überall schön eilen kommt und dann kommt das ganze noch in geriebene semmel da könnt ihr euch jetzt aussuchen welche euch am besten schmecken ich habe jetzt hier welche von leimer brezen brösel ihr könnt aber auch ganz normale nehmen ihr könnt auch panko brösel nehmen das ist eigentlich ganz egal welche die die euch da am besten schmecken schön mit paniermehl einfassen so und jetzt kommt das ganze einfach in eine pfanne mit öl ich habe das schon mal heiß werden lassen während ich das brot gemacht habe und jetzt wird es schön knusprig braun gebraten und wenn die sache auf der einen seite schön braun ist einmal wenden und die andere seite schön knusprig braten so sieht das ganze dann jetzt fertig gebraten aus und ich schneide das gerne nochmal für euch auf damit ihr mal seht wie schön das von innen aussieht schaut doch mal ist das nicht lecker also ich habe dann jetzt erstmal wieder was leckeres zu essen leider keine zeit mehr für euch ihr kennt das spiel ich gehe dann jetzt lecker essen und ihr könnt das gerne nachmachen wenn ihr möchtet bleibt also weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein denn wir zeigen euch immer wieder die neuesten und tollsten sachen die wir so finden und machen ja